Denke ich an Hanau, dann denke ich an all die Leben, die nicht gelebt wurden. An die Stille, an die Leere, die jetzt in den Familien ist. An die Trauer, die nicht getrauert werden kann, weil es so viel aufzuklären gibt. Ich fühle vieles, wenn ich an Hanau denke. Und ich sehe die Menschen, die sich aktiv dafür einsetzen, dass nicht vergessen wird. Und so bleibt mir die Hoffnung. Es gilt aber auch, widerständig zu bleiben. Denn Hanau ist überall. Untertitelung des ZDF, 2020